Sorge um Statorjäger Ganz Ägypten bangt um Mohamed Salah, doch der Nationaltrainer der Nordafrikaner ist optimistisch. Der Grund, Aussagen der Ärzte. Der ägyptische Fußball-Nationaltrainer Hector Kappe rechnet bei der WM mit seinem derzeit verletzten Topstar Mohamed Salah. Ob er dabei sein wird? Wir sind zuversichtlich. Die Ärzte sagen, er wird es schaffen, sagte der Argentinier nach dem 0.0 im Testspiel gegen Kolumbien in Bergamo. Der Argentinier Hector Kappe ist seit 2015 Ägyptens Nationaltrainer. Quelle, Imago Salah, der in dieser Saison 44 Tore für den FC Liverpool erzielte, laboriert derzeit an einer Bänderverletzung in der linken Schulter, die er im Champions-League-Finale gegen Real Madrid erlitten hatte. Real-Kapitän Sergio Ramos musste für sein Foul am Superstar scharfe Kritik einstecken. Ägypten trifft bei der WM auf Uruguay, Gastgeber Russland und Saudi-Arabien. Salah absolvierte in bisher 57 Länderspielen 33 Tore. Liebe Leserinnen und Leser, aktuell steht Ihnen leider keine Kommentarfunktion zur Verfügung. Wir freuen uns, Sie ab dem 11. Juni in unserer neuen Community begrüßen zu dürfen, die wir bis dahin schrittweise einführen werden. Wir wollen den Kontakt zu Ihnen vertiefen. Die Redaktion wird im Kommentarbereich aktiver sein, sodass Sie auch mit Redakteuren diskutieren können. Außerdem warten auf Sie viele Verbesserungen und neue Funktionen. Antworten auf Ihre Fragen und einen Überblick über die neuen Funktionen erhalten Sie hier. Leider ist es nicht möglich, alte Accounts und Kommentare zu übernehmen. Auch in der Zwischenzeit können Sie gern auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team